Wir alle brauchen die Segnung Gottes. Wir brauchen seine Versorgung, seine Gnade, seinen Trost, seine Ermutigung, seine Hilfe, was auch immer. Und es ist tatsächlich so, dass ein Segensstrom vom Himmel für uns zur Verfügung steht. Die Segnungen Gottes sollen zu uns fließen. Die Bibel sagt, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das heißt, sie stehen dir zur Verfügung. Aber nicht wenige Menschen empfinden es so, als ob da irgendeine Blockade ist, was diesen Segensstrom abhält, zu ihnen zu kommen. Da ist irgendetwas, was das stoppt, was da eine Barriere ist. Und sie sagen, wie kann ich den Segensstrom Gottes für mein Leben wirklich erleben? Wie kann ich das freisetzen? Und ich möchte dir einen Hinweis aus der Heiligen Schrift geben, der ein Schlüssel dafür ist, wie du den Segensstrom Gottes für dich selber freisetzen kannst. Es ist ganz einfach. Segne andere und du selbst wirst am meisten gesegnet sein. Das ist ein grundlegendes biblisches Prinzip. Saat und Ernte. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. So heißt es im Galaterbrief. Das, was du aussäst, genau das wirst du ernten. Das gilt im Positiven wie im Negativen. Wenn du also Segen ernten willst, Versorgung ernten willst, Hilfe ernten willst oder was auch immer, dann musst du genau das aussehen. Dann musst du das genau geben. Wenn du ein Wunder in deinem Leben brauchst, dann sei du ein Wunder im Leben einer anderen Person. Gib du das, was du hast. Und jeder von uns kann einem anderen etwas geben. Du kannst Trost geben, Hilfe geben, Ermutigung geben, du kannst jemanden versorgen, du kannst jemanden besuchen, du kannst dich um jemanden kümmern und so weiter und so weiter. Du kannst es aussehen und genau das wirst du ernten. Um den Segensstrom in deinem Leben freizusetzen, sei ein Segen für jemand anderen. Ich glaube, dass wir da noch sehr viel lernen können, einfach von dem biblischen Prinzip. Gib und du selbst wirst empfangen. Das ist anders als das System der Welt. In der Welt ist es so, dass wer am meisten nimmt, der hat am meisten. Das ist unbiblisch. Gott sagt, wenn du gibst, dann bist du bereit, wirklich zu empfangen. So heißt es, nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Das, was du gibst, wirst du im größeren Maßstab zurückbekommen. Deshalb, wenn du andere segnest, wirst du noch mehr gesegnet sein. Oder wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ich wünsche dir, dass du wirklich segensreich sähst, um segensreich zu ernten. Ich wünsche dir, dass der Segenstrom Gottes in deinem Leben wirklich freigesetzt ist. Ich wünsche dir, dass Gott mehr für dich hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!